Der ist von Queenie Hennessy. Sie ist in einem Hospiz. Sagen Sie ihr, Harold Try ist auf dem Weg. Meinen Mann. Er marschiert quer durch England. Ich werde laufen und sie muss weiterleben. Haben Sie selbst einen Sohn? Ich habe meinen Sohn furchtbar enttäuscht. Du konntest dich nicht mal von ihm verabschieden. Ich habe mein ganzes Leben lang nichts getan. Und jetzt endlich tue ich was.